Ich zeige euch, wie ihr ganz einfach Leinwände an die Wand anbringen könnt, entweder durch Kleben, Nageln oder Bohren. So einfach funktioniert die Klebevariante. Einfach abziehen und an der Wand platzieren. Ein bisschen festdrücken. Dann müsst ihr nur noch am Keilrahmen das Fotomodul anschrauben und könnt es ganz einfach einhängen. Das Beste ist, du kannst es ganz einfach wieder abnehmen und gegen ein anderes austauschen.